Mein Name ist Fabio Sutter, ich arbeite im Kantonsspital Olten und ich gewinne Gusto, weil mein Menü das Beste ist und dass es eine riesige Chance ist in meiner Karriere und ich sie auf jeden Fall nutzen will. Ich bin ein Name ist Fabio Sutter, ich arbeite im Kantonsspital Olten und ich sie auf jeden Fall nutzen will.